Oh, die Pommeslieferung kommt gleich. Von wo? Ich sag's Ihnen gleich. Ich sag's Ihnen gleich. Sie können gar nicht mehr warten mit dem Geschmack. Das verstehe ich auch. Insbesondere dann, wenn Sie goldbraun geschmeckt haben, sind Sie Ratze, Butze, aufgespeist. Das Bild geht an die Meinung mit den Goldpommes und dem Sauerkraut, das lustig macht. Live. Wo? Die Lernstraße TV-Markt. Der hat's in sich. Und der hält sein Versprechen, dieser Imbiss hier. Dann, auf gut, Entertainment und Geschmack. Alles wird gut. Alles schmeckt gut. Dank Renate & Friends. Sauer macht lustig. Guten Tag. Ja, da kommt der TV-Neu-Limits. Tschüss.